Hallo liebe Solopreneure, ich grüße euch, ich grüße dich zu diesem Video in der Simple Business Serie. Und ich wollte eigentlich diese Woche über etwas anderes sprechen, aber die Coachings, die ich geleitet habe in letzter Zeit, also diese letzte Woche, haben quasi ein Thema aufgeworfen, das ich heute aufgreifen möchte. Und weil es ganz so frisch ist, möchte ich das heute mit dir teilen, anstatt das andere Thema. Und zwar geht es um das Thema Herzgeleitet anstatt Hirngetrieben. Und zwar, ich war gerade heute in der Successful Solopreneursystem-Gruppe von denjenigen, die gerade mein Successful Solopreneursystem durcharbeiten, gemeinsam, also wo es darum geht, dass die Menschen lernen, ein Business aufzubauen, das sie lieben und von dem sie gut leben können. Und ich habe ein neues Wunschkunden-Gruppel dort in der Gruppe gepostet. Und dort kam natürlich das Wort Herzgetrieben vor. Und die Christine Gasser, die hat auch das Wort geschaut und sie hat gesagt, Shelley, ich wollte dir eine lange Zeit da sagen, dass das Wort mich irgendwie stört. Sie sagt, Schafe sind getrieben, dieser innere Antreiber treibt uns an, führt uns zum Hamsterrat. Sie hat gesagt, dafür stehst du nicht, sondern du stehst für das Geleitet durch dein Herz, dein Business machen. Also Geleitet durch deine innere Weisheit ein Business aufbauen, was von innen nach außen gemacht wird. Und deswegen habe ich gedacht, auch wenn ich das Herzgetriebene noch nicht geändert habe, möchte ich über Herzgeleitet anstatt Hirngetrieben sprechen heute. Hallo Patricia, schön, dass du dort bist. Also aus Bavaria, aus Bayerns kommen die Grüße. Ich grüße zurück aus Hessen und freue mich auch über die anderen, die da sind. Und zwar, jetzt kommen wir zu dem Muster. Es geht in der Simple Business Serie darum, dass du ein einfaches Business aufbaust, dass dein Businessmodell einfach ist, dass dein Marketing einfach, aber effektiv ist, dass du ein High-Touch, Low-Tech-Business hast, wo du nicht bis hier oben hin in Technik dich hineinversuchen fühlst, sondern als Beziehungsmensch in Kontakt mit deiner Zirkung bist. Und hier ist das Ding, also was ich in den letzten Tagen sehr klar erkennen kann, ist, wenn wir Hirngetrieben sind, dann tendieren wir dazu, Dinge wesentlich komplexer zu machen, als sie sein müssen. Wenn wir Hirngetrieben sind, folgen wir Meinungen von anderen oder wir schauen in die Welt hinaus, in unseren Markt, dass was andere sagen, was wir tun sollen. Und sie geben uns ein komplexes Rezept, wie wir etwas erreichen. Und dieses Hirngetriebene sagt uns, das musst du machen. Das musst du machen. Andere haben damit Erfolg gehabt und du beginnst, quasi diese komplexe und mechanische Geschäftsaufbau zu verfolgen. Es ist wirklich sehr häufig im Außen getriggert und du hast das Gefühl im Innen, du musst das machen. Dein Verstand, dein Gehirn sagt dir, das würde vermutlich zum Erfolg führen. Das ist eine ganz andere Führung, als von deinem Herz geleitet zu sein. Wenn du von deinem Herz geleitet bist, ist es sehr, sehr häufig der Fall, dass das, was dein Herz, deine Intuition, deine innere Weisheit, wie auch immer du das persönlich nennen willst, dein Bauchgefühl, wenn man so will, dass das dich fast immer zu dem einfachsten nächsten Schritt führt, den es gibt. Das ist echt verrückt. Also es ist wie, als ob unser Herz und unsere Intuition, unsere innere Weisheit auf Einfachkeit komplett gepolt ist, aufgebaut. Das ist wirklich so, der Default von unserer Intuition ist Einfachkeit. Und ich wollte ein paar Beispiele geben, die ich beobachtet habe, natürlich anonymisiert, aber die in Coachings aufgekommen sind. Zum Beispiel, eine Kundin von mir während eines VIP Intensives vor Kurzem hat die Idee, dass sie Einzelberatung mit in ihr Business reinbringen möchte. Sie hatte vorher überwiegend Seminare und Workshops, online wie offline, wo sie mit größeren Gruppen zusammengearbeitet. Und sie hatte den Herzenswunsch, Einzelberatung mit reinzubringen. Und ihre traumgetriebene Idee dazu war, dass sie irgendwelches komplexes Marketing aufbauen muss und dass sie beginnen muss, diese Einzelberatung auf die Website zu bringen, dass sie dafür eine eigene Kampagne braucht, dass sie irgendwie, was auch immer sein muss, tut, um Kunden in die Einzelberatung zu bringen. Und als wir dieses Hirngetriebene erstmal ausgeschaltet haben und wirklich zum Herz gegangen sind, war der innere Wunsch da, eben nicht diese ganze komplexe zusätzliche Marketingdiene zu tun. Sie war ohnehin schon in sehr vielen Projekten und Marketingaufgaben, ich will nicht sagen verstrickt, aber sie war mit denen tätig. Und sie wollte, dass es einfach geht. Und wir haben die Tatsache auch ins Auge geschaut, dass die besten Transformationen dann stattfinden in der Einzelberatung, wenn ihre Kundinnen und Kunden schon vorher in einem gewissen Workshop oder gewissen Seminar gewesen sind. Und dann haben wir von diesem Herz geleiteten Einfachkeit geschaut, ja okay dann, was wäre da ein nächster Schritt? Und der nächste Schritt wäre einfach ein Ort in dem Workshop oder Seminar einzubauen, wo sie ein bisschen über die Einzelberatung spricht, wie das als Vertiefung helfen könnte, für wem das ist und dass sie dazu einlädt, zu einem Kennenergespräch, Strategiegespräch, wie immer man das nennen möchte, um darüber zu reden, ob diese vertiefenden Elemente für gewisse Personen in der Gruppe Sinn machen könnten. Und was wir festgestellt haben, ist, dass sie unter 5% der Leute braucht, die dazu überhaupt ihre Hand heben dafür, damit es von ihren Umsatzzielen hinhaut. Das ist zum Beispiel ein Beispiel von Herz geleitetes Business und Marketing, was wesentlich einfacher ist. Es ist eine einfache Einladung, einen kleinen Upsell oder eine Einladung zu einem Gespräch. Ein weiteres Beispiel war mit einem Kunden, den Kunden in dieser Woche, wir hatten ebenfalls ein VIP Intensive, das ist so eine Form der Zusammenarbeit, wo wir uns vier Stunden geballt zusammentreffen, entweder online oder vor Ort, hier in Epstein oder wo auch immer ich mich gerade aufhalte. Und wir haben das Business-Modell von diesen Menschen angeschaut und er hatte das Ziel, nicht nur sechsstellige Umsätze reinzubringen, sondern er wollte eher in Richtung 200.000 reinbringen in sein Business. Und er hatte das Gefühl gehabt, er braucht nicht nur seine Online-Kurse und diese mehrfach vermarkten und eine Erhöhung von der Kundenzahl, sondern seine Hirngetriebenheit hat ihm gesagt, er braucht auch ein teures Online-Gruppenprogramm in Form eines Masterminds, er braucht hochteure Premium-Angebote, ganz viele verkaufen, whatever. Also, Dinge im Markt, die, wenn er hinausschaut, andere sagen, das brauchst du, wenn du diese Art von Umsätze reinbringen möchtest. Wiederum, als ich ihn gefragt habe, aber was will dein Herz? Und sein Herz hat ihm gesagt, ich möchte einen längeren Urlaub machen. Sein Herz sagte ihm, ich möchte weniger arbeiten. Darf ich mir Zeit mit meiner Familie verbringen? Sein Herz sagte ihm, er möchte viele Tage im Monat haben, wo er sich einschließt und allein in seinem Business arbeitet und vor sich hin wackelt und quasi in seine introvertierte Lage hineingeht. Sein Herz sagt ihm, dass er zehn bis zwanzig Prozent der Zeit mit 1 zu 1 Kunden verbringen möchte. Und vor allem, sein Herz sagte ihm, er hätte gern ein wirklich einfaches Businessmodell, wo sehr, sehr wenige Produkte und Programme nur vorhanden sind. Und als das für ihn klar war und wir nochmal hingeschaut haben, haben wir alles weggetan, was zu Komplexität geführt hat. Und wir sind wirklich mit einem super schlichten und einfachen Businessmodell gewesen, wo er wirklich das Gefühl hat, dieses sehr realistisches zu erreichen. Er kriegt seine Herzenswünsche viel eher hin. Und es gab zwei Wachstumsbereiche, wo er, ich weiß, ob das eintritt, wie er das haben wollte, aber plötzlich war dieser Umsatzseele, wenn er auf seine Herzgeleitetheit schaut, nicht mehr so wichtig, wie sie am Anfang erschienen. Und das ist auch häufig der Fall, dass unsere Hirngetriebenheit uns auf wenige, eigentlich nicht wichtige Dinge fokussieren lässt, nämlich die Umsatzziele als solches. Okay? Also, das sind so Dinge. Ich gebe euch ein letztes Beispiel und dann schließen wir ab von mir. Es ging um meine Facebook-Anzeigen und zwar meine Hirngetriebenheit sagte mir, ich müsste doch komplexer Funnel aufbauen mit meinen Facebook-Anzeigen, die ich demnächst vorhabe aufzubauen. Dass die eine zu einem Evergreen-Webinar führt von dem Evergreen-Webinar zu meinem Shop, von dieser Shop-Landing-Page zum Kauf und dort zum Upsell. Aber eigentlich habe ich gemerkt, wenn ich wirklich hinspüre, was mein Herz mir sagt, es ist wesentlich einfacher. Mein Herz sagt mir, tausend neue Kontakte, einfach Lead-Generierung, einfach deinen Lead-Magnet an tausend neue tolle Kontakte führen, ohne diese komplexe Funnel. Weil wenn sie schon bei mir an Bord sind, dann weiß ich, wie ich mit denen eine Beziehung aufbaue. Ich brauche nicht diese ganzen mechanischen Dinge, wo mein Hirn glaubt, dass diese notwendig sind. Sonst bin ich nicht sicher. Sonst schaffe ich meine Ziele nicht. Denn die Hirngetriebenheit ist häufig wirklich eine Lage von unsicherem Denken, wo wir denken, wir brauchen diese Dinge, um uns abzusichern. Wir brauchen es für unsere Existenz, für unsere Umsatzziele, whatever, da zu stehen und so weiter. Das Herz wird nicht geführt oder geleitet über Ängste, über Sorgen, über Widerstand und all diese Dinge. Es ist ein Hinzuggefühl. Du wirst wie nach vorne gezogen, anstatt dass du pushen musst, um dass das realisiert werden kann. Okay. So, das war meine Predigt, meine Rede für heute. Nämlich, herzgeleitet zu sein, führt in der Regel zu Einfachkeit in deinem Business und Marketing. Hirngetrieben zu sein, führt häufig zu Komplexität, zu Ich muss gefühlen, viel zu viele Aufgaben auf deinen Teller, die gar nicht notwendig sind. Also, das nächste Mal, wenn du dabei bist, da zu schauen, von welcher Position aus führe ich mich selbst? Von welcher Position aus führe ich mein Business gerade? Ist es vom Herz oder ist es vom Hirn? Und mein Tipp wäre, fange mit dem Herz an. Dein Hirn reiht sich an, um den Rest auszudenken mit dir. So, das war's. Freue mich auf das nächste Video. Schöne Woche und bis bald. Tschüss!